ich hoffe wir haben heute eine schöne zeit heute mit mario maker ich habe extra noch ein paar tage nach dem update gewartet bis wir dieses spiel stream werden weil selber level bauen tue ich nicht ich denke das wissen die meisten aber ich wollte ein paar nice user level am besten mit den neuen features weiß nicht ich finde den screen aber diesen just chatting screen immer für den anfang des streams jetzt richtig geil so werde ich glaube ich so beibehalten man sogar mit sound effect stirbt nein oh mein gott war zu gierig ich muss den glaube ich gar nicht töten aber ich wollte ich wollte ihn einfach umbringen jetzt habe ich mich dadurch nur selbst gefickt scheiße und ab nächster ab übernächster woche montag aber eigentlich so lange ist es nicht mehr wie es klingt so wie der schule was das für gegner ich kenne die gar nicht nein okay warte ich muss mir jetzt konzentrieren aufs level ich gucke die ganze auf den chat so ok jetzt full konzentrieren ihr werdet erstaunt sein deswegen was ich euch nicht erzählt habe ist ich war in einem trainings camp für mario maker level und ich werde jetzt hier alles im first rider spielen jederzeit easy man okay na nein oh mein gott der dodge jetzt springt er nach oben ich glaube es sagt diese kamehameha leute seit wann gibt es die ich habe die noch nie gesehen doch neue features oder wohnen geh da rein geh da rein ich rieche ein herzkasper man genesis level new items aber das klingt doch schon mal nice alter nach dem was ich sehen will hoch ich will jetzt nichts sagen aber wie komme ich muss ich anlauf nehmen warte ich nehme anlauf nein das war nicht das was ich machen wollte ach so ich muss aber okay let's go tag muss einfach b gedrückt halten let's nein nein wichser diese ganzen neuen items ist das nice alter dass sie so fuck geht ziel oh mein gott so das gedacht wetten long jump geht jetzt nicht wegen irgendeiner scheiße nein verpiste ohne witz alter soll das adresse liegen ja 22 kanalpunkte adresse liegen ich würde sagen bei drei kanalpunkten bringe ich mich um und bei vier dürfte auch aussuchen wo ich mich beerdigen nein spaß alter es will ein bisschen krank nee ich denke wir sind ziemlich fein mit sauge streichen und links und die farbe von den leds ändern denkt die beiden sachen können auch hin ich darf nicht den boden berühren oh nein und jemand soll doch sagen ich bin schlecht junge mario pass auf die stacheln what the fuck lol was habe ich getan du tust mir nicht mal oh mein gott gegen was hast du mir geschickt sucht beim weg rennen röhren in dem boden auch leicht markiert was sucht beim weg rennen röhren im boden ist auch leicht markiert hier sind überall röhren im boden warte ich wenn ich jetzt hier lang springe welche darauf achten gibt es irgendwelche röhren die rausstechen hier ist der feil ein bisschen verkackt ich glaube das ist nicht mit absicht die frage ist wo muss ich dann rein so irgendwann hört der effekt oh nein ich war gerade brainert ich wollte unten lang rennen aber dann bin ich nicht durchkommen dann wollte ich nach oben springen vielleicht mit der laterne wir werden jetzt alles ausprobieren ich wollte erst da wo die feile einfach aufhören oh mein gott sie ist level jetzt muss noch phase 2 klappen hier durchzukommen jetzt geh nach oben ich chill einfach ich schwöre aber meine mutter dieses level wird geschafft ich es gibt das nicht ist mir zu dumm so das ist mir jetzt zu dumm das werde ich jetzt schaffen alter ich muss mich kurz sammeln ok du schaffst das jetzt das level ist nicht schwer man ok ich bin wieder ganz bei mir leute so es wird jetzt geschafft das level b ich will nicht meditieren aber es scheint so als müsste ich damit sie wieder geht ist nice man und happy was gibt es besseres 133 man ich mache immer spin jumps ich schwöre auf alles was mir heilig ist zum beispiel saugie der ist mir heilig was war für dein größter fehlkauf fehlkauf ähm ich bin dumm sterb ich ne oh mein gott ich war gerade im über ich war gerade im über weil ich so dumm bin ich dachte ich hab das system gefickt oh nein ok bitte triff ok direkt wenn es erscheint nach vorne werfen oh mein gott kommt jetzt bitte kommt jetzt nichts mehr habe ich jetzt geschafft das war's mit mario maker das war's mit das war's mit das war's mit Bis zum nächsten Mal.